Hallo meine lieben YouTube-Freunde! Herzlich Willkommen! Ich weiß nicht, ob es ein Tutorial wird? Ja, ein Tutorial wird es nicht. Es wird auch kein Unboxing oder so ein Ehrenunboxing. Geht. Ich wollte nur mal zeigen, wie schnell ich den aufgebaut habe. Schnell. Weil ich habe ja einen Stuhl bekommen. Und dieser Sessel, den kann ich ja gleich mal umtauschen. Indem ich hier einfach mal BOOM! Da näher! Jetzt sitze ich wenigstens wieder ordentlich. Einfach. Und wie lange das gedauert hat, werden wir, ich meine in verschnellerter Form natürlich. Wie jetzt nicht eine halbe Stunde da ist, das will ich euch nicht antun. Lange Räder, kurzer sind. Los geht's! Ich werde nicht mit Sitzeln neuen Auto wieder wegwerben. H salt damit zurück. möglich Ab Alles Bis zum nächsten Mal. 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 Ich weiß noch nicht warum man das sollte. Gute Nacht. So geht das auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.